Wie kann Leber, das Fehlen von Leber, das Ende von Leber, das Sehen nach Leber, zu so viel Gewalt führen? Bis es wirklich passierte, war es nur eine Frage der Zeit. Wenn man zurückblickte, konnte man den Brotkrum auf dem Pfad folgen, der zu Gewalt führte. Wenn wir zurückblickten, konnten wir sehen, dass sie schon überall lauerte. Es ist Teil unseres Glaubens zu vergeben. Sollten wir den Männern nicht vergeben, müssten wir die Kolonie verlassen. Niemand will auf die Vernunft hören. Wir wissen, dass wir uns die Angriffe nicht eingebildet haben. Wir wissen, man hat uns verletzt und uns Angst gemacht. Auf Unbekanntes zu hoffen ist gut. Es ist besser als Hass auf das Vertraute. Und wir können nicht noch mehr Gewalt ertragen. Sie haben uns wie Tiere ausgebeutet. Vielleicht sollten wir uns auch wie Tiere verhalten. Wie würdest du dich fühlen, wenn es dein ganzes Leben lang noch nie eine Rolle gespielt hätte, was du denkst? Wenn wir uns befreit haben, müssen wir uns die Frage stellen, wer wir sind. Wie wäre es bist du denkst? Wie wäre es sauer damit, wenn es dein kannst? Wie wäre es schlecht?